ja und damit ein ganz großes hallo und herzlich willkommen meine lieben zockerfreunde zu einer neuen folge the walking dead a new frontier lasst gerne like und abo da und ansonsten wünsche ich euch viel spaß diese tunnels were abandoned decades ago but i've heard you can get through here's open hobby i need to talk to you about look i appreciate you keeping quiet about me in the new frontier but what i told you earlier it's not the whole truth i wasn't their prisoner i was i was one of them i should have told you sooner i i really should have you were with those monsters they're not all like that i'm not asking you to forgive me but you have to understand i had nobody i was all alone and i thought i didn't need them but they were very persuasive it was a mistake and so was not telling you about it they murdered marianna she was 10 years old like i said i'm not asking for your forgiveness i just had to explain because if they're really in control in richmond i can't let them see me i just can't so when we reach the other side of this tunnel i'm leaving y'all planning on joining us shh you all hear that coming from over there can you see anything they're everywhere fuck they are keep sharp watch out hobby help holy shit Geh ihn weg. Danke. Ich... Was ist überall? Gott, Konrad. Every walker in der ganzen Stadt wird hier gehen. Komm, folge ich. Was ist das? Was ist das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir müssen uns mit dem. Vielleicht können wir einfach durch. Na, es wird öffnet? Ich habe es. Komm schon. Tagsäuert ist vor. Danke, Gott. Wir gehen. Wir müssen diese walkers folgen uns. Javi und ich werden die Tür verletzt. Wir gehen und sicher, dass es klar ist. Wir müssen schnell. Wir werden gleich vor. Ich bin hier. Hold die Tür shut, bis ich da etwas zu finden. Wir gehen. Hurry. Oh, mein Gott. Ah, shit. Ich werde das alles verletzt. Hurry. Sie sind fast hier. Javi. Ich kann nicht. Es gibt zu viele. Hilfe. Sie sind fast. Sie sind fast. Ich bin hier. 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 Jetzt. Wir müssen uns weitergehen. Wir müssen uns sprechen. Wir müssen uns sprechen. Komrad, das ist verrückt. Was verrückt ist, ist, du für sie verletzt. Roll auf deinem Schiff. Was? Warum? Wieso? Ich bin hier. Ich wusste es. Du bist eine von ihnen. Du bist eine von ihnen? Du bist eine von ihnen. Was andere was du verletzt hast, hast du dir? Ich bin verletzt. Ich bin hierher. Sie hat eine recht zu ihren Geheimen, wie du hast eine Recht zu dir. Segr ist das nicht der Punkt. Du bist ein großer Bild, ihr Kind. Du hast nicht? Wir bringen sie zu Richmond. Sie geben uns was, was wir wollen. Medikamente Hilfe für Kate. Sie ist unsere Bargaining-Chip. Sie werden nicht mit Sie. Sie wissen nicht. Sie wissen, bis wir versuchen. Sie ist nicht eine Bargaining-Chip. Sie ist eine Freundin. Oh. Ich bin sicher, nach weniger als ein Tag, Sie zwei waren nur Seule-Mates. Das könnte eigentlich funktionieren. Sie können nicht ernst sein. Wenn es Kate schafft, Sie sagen, ich bin ernst. Screw both of you. Ich mache das nicht. Wenn Sie mich schrauben, schrauben Sie mich. Wie geht's mir, ich schrauben Sie einen kleinen Mann hier? Was ist Gott, Conrad? Sie müssen sich durch die Tür gehen. Das ist verrückt. Schrauben Sie sich. 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 Und dann wir alle in die Sonne gehen. Komm schon, Mann. Es ist eine Beziehung. Das hilft uns beide. Ich werde nur gehen. Schrauben Sie sich. Ich bin ein weiterer Schritt. Entschuldigung, Clem. F***ing Traitor. Meine Familie kommt erst. Komm schon, Clem. Start walking. Du bist ein verdammeliger Schwester. Ein verdammeliger Schwester. Javi, wie? Wie kann man? Ich habe das für Kate. Für uns. Aber was ist Clem? Was ist Clem? Was ist Clem? Sie ist nicht Familie. Die Familie. Ich glaube, was du willst. Wir gehen. Wenn du wirklich willst, Clem zu leben, mach es mir. Mach es mir. Warum hat er eine Schlange auf Clementine gefangen? Du willst ihn oder ich? Geh mit ihm! Warum gibt es eine Weapon in der Frau's back? Kein Grund. Er ist überreaktig, ist alles. Wie ich bin. Wenn du hier nur ein tiefes Gehirn machst, ist sie eine neue Frontier. Sie hat sich immer wiederum. Sie werden sehr glücklich sehen, dass sie wieder wiedersehen. Ich habe Geld auf ihn. Er ist nicht falsch. Das könnte sein, aber jetzt müssen wir Kate und Elinor finden. Du bist richtig. Wir gehen. Die Garten sind hier. Wenn deine Leute hier sind, ist das wo sie enden. Warum ist es so kalt? Ich dachte, dass es eine neue Frontier gibt, in den Straßen und schade. Sprecher mit Walkers oder... ... oder was sie machen. Geh nicht zu kalt. Sie können sich die Leute anschauen. Geh mit ihm. Ich glaube, sie sind da. Ah fuck, did they see us? I don't think so. Can you see anything, Javi? What are they doing? That's their car! Hey, keep it down. Kate? Kate, can you hear me? Kate, talk to me. Say something. Javi? Yes. Could really use something to take the edge off right about now. I think you smoked it all. Kate! Are you... Are you okay? Come here. Where's Eleanor? She... She went ahead to get help. She hasn't come back. Dammit. They must have got her. Jesus, how far is it to their compound? Not too much farther now. Couple blocks at most. Gabe, help me lift her up. I'm thinking Kate's not gonna make it much longer. So it's time we walk up to their front door and say hello. That mean we're doing this my way? It might. But so we're clear. You follow my lead until our people are safe. Understood? Fine. Here we go. There it is. New Richmond. This is a mistake. Just shut up and keep walking. We're here, Kate. I'm gonna get you inside, okay? Avi? If they can save me, how about you and me finally take that trip to Norway? The Northern Lights. Remember? Sky lit up all green and purple. As long as we make some time to hit the slopes, I'm in. Jesus, there's a solid possibility this isn't gonna go our way. If you wanna stay behind, I wouldn't blame you. Hey, this is where I was going in the first place. Hey! You again? You must have some kind of death wish. She needs medical help. And you have one of our people. Uh-huh. What's your point? Sorry about this, Clem. Clementine! How long's it been? Not long enough. Cute. She's got you mixed up in all this? Who is she to you? Doesn't look like she's here by choice, so... By force? She's just a hostage. Nothing more. Alright. You have my attention. But I'd be lying if I said I was convinced. What do you wanna do? Go get the boss. He's gonna wanna see this. Now all of you, lower your weapons. Not a chance! Might be a good idea to play along here. At least for now. You put him down. I'll see that as an expression of good faith. Nice and easy. Or else this is gonna end bad. Everybody! Put him down. Guess you were serious about this after all. What the hell's going on out here? They said they weren't here to hurt anybody, so I was trying to see if they... Oh my god. Dad? What? Du Schande. Krasse Sache. Ja. Und das war der zweite Teil schon gewesen. Äh... Haben wir ja sehr schnell durchgezockt. Ich hab jetzt alles hintereinander aufgenommen. Äh... Gut, Leute. Das soll's gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Like und ein Abo dalassen. Und ansonsten sehen wir uns mit der nächsten Folge wieder. Und übrigens war das der Bruder von dem Javier oder Javier. Äh... Ja. Wir sehen uns. Also, Leute, bis dahin. Und ciao, ciao!